Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Minecraft Jurassic Park. Und mit dabei ist wieder heute die gute Miri. Die versteckt sich gerade. Na? Hallo. Aber im letzten Mal warst du ja nicht dabei. Ich habe ein Ort rausgesucht und hier ein ganz tolles Haus gebaut. Und du darfst uns jetzt erstmal sagen, was du davon hältst. Muss ich das? Ja. Ich habe mich schon auf Anschiss eingestellt. Absolut gar nichts. Katastrophe oder was? Das halte ich davon. Das ist, also tut mir leid, aber das ist noch schlimmer als Katastrophe. Ja, aber... Also, nur mal so zu eurer Info. Wir haben, ihr habt das wie das Haus ja schon in seinem letzten Video gesehen. Und wir haben gerade mal die ganzen Sachen von drüben hier rübergebracht. Und ich musste jetzt mit Bedauern schon feststellen, dass hier noch, einfach noch weniger Platz ist als in einem anderen Haus. Ne, das stimmt gar nicht. Das ist ein bisschen größer, aber... Doch, nein. Doch, ich schwöre, das ist größer. Aber ist jetzt auch egal. Wir haben die ganzen Werkbänke und Öfen sogar noch im Haus gehabt. Das Haus können wir ja noch weiter ausbauen. Das ist ja kein Problem. Aber wie findest du denn die Location? Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ich finde, das ist nicht schön hier, die Aussicht, wenn wir dann da unten den Park bauen und sowas. Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Fan, auf hohen Ebenen zu bauen, weil sich das beschissen gestaltet, hoch und runter zu kommen, aber... Ja, dann müssen wir uns halt was Elegantes überlegen. Das lässt sich jetzt nicht mehr verändern. Ja, wir können natürlich auch noch da unten im Park eine Hütte bauen oder so als Main-Hütte. Dann ist das halt nur hier so eine Werkhütte. Das muss ja nicht die... Ich hätte es tatsächlich cooler gefunden, hier oben eine Besucherplattform oder so zu machen. Ja, das können wir auch machen. Statt unser eigenes Haus. Ich hab das jetzt erstmal nur auf die Schnelle gebaut, damit wir einen Schlafplatz haben. Also das ist ja kein Problem. Wir können ja hieraus eine Besucherplattform dann irgendwann machen, womit man dann die Aussicht über den Park genießen kann, dann rein theoretisch. Ist ja eigentlich eine coole Idee, finde ich. Finde ich auch. Ja, dann bauen wir später das Haus irgendwo dann. Ja, das muss ja nicht im Park sein eigentlich. Eigentlich außerhalb, oder? Also neben dem Park oder so. Weiß nicht. Vielleicht können wir ja später auch mal den einen oder anderen Zuschauer einladen in unseren Park und eine Tour machen. Das wäre witzig. So, ähm, meine Frage ist erstmal, wo wollen wir denn jetzt hier anfangen? Also ich hab mir ja überlegt, eigentlich auf dieser Seite hier den Park zu bauen. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir mit so einem Tor anfangen, so einem Jurassic Park Tor. Das wird nur schwierig in der Gestaltung, also das schick zu machen. Vielleicht hast du ja ja irgendeine Idee oder so, aber wo würdest du es denn hin platzieren? Ich glaube, ich würde das irgendwo, komm mal mit runter am besten. Also ich hätte den Park jetzt einmal hier komplett rumgemacht, nicht nur da recht. Gehst du auch noch hier vorne hin, oder was? Dann könnten wir auch. Ich hab mir das jetzt, also wie an Jurassic World Evolution einfach. Das ist eigentlich eine coole Idee, also wenn wir irgendwann richtig viele Dinos haben, dass man hier einmal komplett außen rum geht. Ich meine, klar, man kann da hinten zum Beispiel anfangen mit dem ersten Gehege, da macht man irgendwie einen Weg und dann das zweite Gehege und so. Also man kann es ja immer noch hinterher anpassen. Das wäre schon cool, wenn man dann hier so eine Besucherplattform hat und in alle Richtungen schauen kann und um einen herum überall Dinosaurier zu sehen sind. Das wäre schon nice. Äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an irgendwie zu bauen, weil sonst, äh, wird das nicht. Da könnte man irgendwo zum Beispiel noch einen Kaffee hin machen oder so. Ja, klar, all solche Sachen für die Besucher. Aber, äh, was ich nur mal kurz anmerken möchte, äh, vielen Dank, dass ihr in die Kommentare geschrieben habt, wie man das Cape deaktiviert. Äh, hab ich umgesetzt, also vielen, vielen Dank. Äh, und ich habe beim letzten Mal leider das Schild überlesen für Daniel. Ich dachte nur, der Hammer wäre für mich. Aber Miri hat da noch ein Schwert, was, ein Eisenbreitschwert, hat das irgendeine Besonderheit? Miri? Naja, ich habe es mit Diamant veredelt. Das bedeutet, äh, es hat eine längere Haltbarkeit. Und, äh, Redstone habe ich da reingepackt. Ich weiß nicht mehr, was das bringt. Schon zu lange her. Das ist auf jeden Fall stärker als das, äh, normale Eisenschwert, logischerweise. Und, äh, den Hammer habt ihr ja schon gesehen, der baut neun Blöcke gleichzeitig ab, also richtig cool. Und, eine wundervolle Axt hat sie mir gebaut, mit der man einfach mal einen ganzen Baum fällen kann. Ist das nicht angenehm? Also nur für die Leute, die es wissen wollen, diese, ähm, Werkzeuge mache ich mit dem, mit der Mod Tinkers Construct. Dürfte dem einen oder anderen bestimmt schon bekannt sein. Habt ihr gesehen, jetzt habe ich mit einmal abfällen hier einen ganzen Baum, äh, ja, gefällt sozusagen. Richtig cool. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und erleichtert hier, äh, das Planieren auf jeden Fall. Äh, und wir haben auf jeden Fall, äh, zum 10. Mal habe ich auf jeden Fall gesagt. Und wir haben die Server-Lags behoben, ne? Wir haben es geschafft. Also wir können jetzt wieder schön spielen und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit. So, Miri und ich haben uns einen Ort rausgesucht. Äh, sie ist schon fleißig hier am Gräser entfernen, äh, an dem wir starten wollen. Hier soll der Eingang hin. Das wird dann so die Sicht sein, die man hat. Äh, ich finde auch rechts diesen Steinblock da mega cool. Findest du den? Da könnte man sicherlich auch was Cooles draus machen. Ultra nice aus. Vielleicht könnte man auch so eine Brücke da so rüber machen oder so eine Hängebrücke. Aber ich weiß nicht, ob das in Minecraft möglich ist. Keine Ahnung. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen den Weg frei, Miri. Ich, äh, muss mir erstmal eine Schaufel holen. Achso. Keine mit. Ich habe eine dabei. Die Frage ist halt, also geil wäre es natürlich, wenn wir später hier so ein Jurassic Park Tor haben. Ihr kennt das ja sicherlich alle. Äh, nur wird das wahrscheinlich schwer werden, das in Minecraft gut umzusetzen. Ähm, ich mache mal eine Viererbreite vom Weg, ne? Oder? Oder fünf? Ich glaube, fünf ist cool. Fünf ist nice. Aua. Fangen wir einfach an. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt sollte ich mal die Fackel hier rausnehmen. Könnten ja gleich zum Beispiel mal mit Schissel gucken. Ähm. Was ist nochmal Schissel? Dass man die... Steine verändern kann? Steine. Genau. Ja, ich weiß halt nicht, ob das gut aussieht mit meinem Modpack, ne? Das ist das Problem. Äh, mit meinem Texture-Pack. Das muss man dann schauen. Aber ich habe jetzt hier erstmal so ein bisschen den Weg gemacht. Also in der Breite finde ich schon cool. Dann kommt man hier rein. Vielleicht wird dann hier noch das ein oder andere Tor gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob wir das später unseren Park noch umzäunen. Oder wie wir das dann in Hand haben. Keine Ahnung. Vielleicht könnte man auch noch hier einen Berg machen. Und auf der Seite auch einen Berg. Dass man sozusagen, äh... Ja. Sollte ich erstmal klein anfangen, statt schon über Berge zu reden. Ja, ich überlege ja gerade nur. Das ist gerade nur kreatives Denken. Also, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja. Jetzt meine Schüppel auch kaputt. Bringst du mir gleich eine mit? Nein. Ähm, unsere beiden Gallimimusse, die bieten sich ja auch auf jeden Fall an als erste Dinosaurier für das erste Gehege hier im Meingangsbereich. Äh, die Frage ist dann nur, wie wir die hier rüberkriegen. Das müssen wir uns dann überlegen, wenn wir ein Gehege fertig haben. So, Leute. Miri und ich haben jetzt hier schon mal den Weg ein bisschen weiter, äh, geführt. Das Tor, wo es hinkommen soll, ist auch schon mal hier markiert mit diesen Cobblestone, äh, ja. Oder Pfeilern, wie wir das Tor genau machen werden. Das wissen wir noch nicht genau. Äh, wir wollen das Ganze auf jeden Fall in Richtung Jurassic Park Tor machen. Wird aber, glaube ich, relativ schwierig werden. Äh, der Weg geht dann weiter. Hier geht es runter mit einer Holztreppe, soweit. Und dann kommt man hier, ähm, zu unserer Rechten, direkt zu so einem kleinen, ja, Gewässer. Das ist eigentlich ganz schick. Das, äh, werde ich, beziehungsweise, ja, du wolltest gleich was anderes machen, ne? Also werde ich das gleich so ein bisschen verkleiden mit einem Geländer und sowas, denke ich mal. Und, äh, ich hab mir überlegt, dass wir hier auf diese Seite das Galimimusgehege machen mit unseren beiden Galimimussen. Aber ich glaub, die waren beide männlich, ne? Vielleicht brauchen wir noch einen weiblichen. Ich weiß ja nicht, kann man die, muss man da Glück haben, dass man Galimimus weiblich rauskriegt? Oder kann man das irgendwie beeinflussen? Ich glaube schon. Nee, wenn das Ei schlüpft, du kannst das ja nicht vorher... Ja, aber wir müssen ja auch erst mal wieder Galimimus-DNA kriegen. Ja, eben. Also ist das alles Glückssache? Ja. Ah, ja, 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 okay. Ja gut, dann haben wir halt erst mal zwei Männchen. Äh, genau, das werde ich dann hier irgendwie hinbauen, wie ich das genau mache. Keine Ahnung, das können wir gleich zusammen machen. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt an die Arbeit und du wolltest ja im Haus irgendwas an dir legen, ne? Ja, aufräumen. Platz schaffen. Darfst du mir wieder hinterher räumen? Ja. Ich mache mich mal an die Arbeit hier. Äh, hast du zufällig noch gebrannten Stein hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh, Mist. Ich brauche allgemein mal eben einen Stein. Ich komme mal eben mit. So, ich bin wieder da. Und jetzt mache ich mal hier den Stein. Ich glaube, ich platziere das mal einfach so. Ich wette, alles, was ich hier baue, das wird Miri am Ende gar nicht gefallen. Aber nicht böse sein, Miri. Nö, nö. Das Haus hatte ich ja auch schon ein wenig getriggert. Ähm, das können wir nachher natürlich auch noch schöner hier machen mit dem Gewässer. Aber ich finde das eigentlich ganz cool mit dem Geländer. Weil hier vorne mache ich auch noch weg. Das macht nicht viel Sinn, das hier anders zu machen. Sag mal, ich habe mal eine Frage, ja? Ja, bitte. In dem letzten Video hast du gesagt, du machst hier Fenster rein. Ja. Das hast du nie getan. Warum? Ja, weil ich kein Glas hatte. Natürlich. Ja, das haben wir jetzt da. Aber ich hatte das nicht hier in der Butze. You know? Oh. Ich glaube, ich mache allgemein hier so ein Anstreifen. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht oder nicht. Du hattest ja Glas gebrannt. Aber ich hatte halt nichts hier in dem Haus. Und ich hatte keine Lust, ständig rüberzulaufen. Du hast ja vorhin gesehen, was das für ein Akt war, das alles rüberzubringen. Hm. Und davor habe ich mich halt gedrückt. Weil das gemeinsam machen ist halt nicht so ein Akt, wie hätte ich das alles allein rübergebracht. Ich freue mich auch immer, dass du mir immer alles hinterherräumst. Das ist genau wie ein Arkt, ne? Ja. Ja, räumst du mir auch immer alles hinterher. Ich platsche alles in irgendeine Truhe rein und mir resultiert. Das machen wir erst mal so. Dann gucken wir gleich mal. Also der Weg ist natürlich jetzt noch sehr, sehr breit. Miri hat auch schon gesagt, dass ein kleinerer Weg wahrscheinlich besser ist. Aber ich finde für den Eingangsbereich ist so ein breiter Weg eigentlich... Ah ne, hier hätte ich vielleicht rasen lassen sollen, ne? Mein Park beginnt ja erst dahinter. Äh, ich mach mal eben hier wieder... Ich bin aber auch schlecht sortiert hier in meinem Equip da unten. Okay, das lassen wir so. Und dann kommt man hier rein. Hier muss ich mir noch was überlegen, was ich da hin mache. Aber ich finde das schon mal ganz cool mit dem Gewässer hier. Und da muss ich mir gleich noch überlegen, wie ich das mit dem... Galomimusen, Galomimusen, Galomimusen gleich mal, ne? Ja. Okay, brauche ich jetzt nicht. Wobei, Beleuchtung muss man auch noch machen hier auf den Wegen, ne? Ja, aber da können wir uns später drum kümmern. Ja, das stimmt. Also ich finde, Beleuchtung sollte sowieso erst ziemlich weit zum Schluss kommen. Ja, die muss ja auch relativ gleichmäßig sein, ne? Mhm. So, ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich bin da eigentlich schon recht mit zufrieden hier. Vielleicht können wir hier auch noch den einen oder anderen kleinen Wasserdinosaurier später reinmachen und das Gewässer so ein bisschen noch verändern. Aber ich glaube, ich mache jetzt mich erstmal an das Galomimusgehege hier. Dafür muss ich mir erstmal überlegen, wie ich das Ganze gestalte. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ihr seht ja, es regnet und es ist Nacht. Ich kann da hinten auf jeden Fall nicht mehr weiterbauen. Ich habe aber schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Aber das bleibt nicht so. Ich habe jetzt irgendwie random die Fackeln platziert. Aber gleich spawnen da ganz viele fiese Viecher. Und ich wollte jetzt ganz schnell Richtung Home, Sweet Home. Und da können Miri und ich ins Bettchen hier hüpfen. Kommst du? So. Dann ist es auch gleich wieder Tag. Ich hoffe, das regnet dann nicht mehr. Guten Morgen. Natürlich. Ich habe noch das Regengeräusch, aber es sieht nicht so aus. Okay, dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wie man so einen Gehege am besten gestaltet. Also im Prinzip geht es ja, also liegt das Hauptaugenmerk ja darauf, dass man einen Zaun baut. Und das ist halt wichtig, wie man den gestaltet. Da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit mit diesen normalen Minecraft-Zäunen, die man hier sieht. Die habt ihr ja schon gesehen. Finde ich jetzt nicht so geil, aber ist vielleicht bei einem Gallimimus gehe gar nicht so verkehrt. Dann gibt es hier noch Elektrozäune tatsächlich. Und so eine Mod. Ich weiß gar nicht, welche Mod ist Mr. Crayfish. Ach, Furniture Mod sogar. Genau, die hat auch eine sehr gute Qualität. Also die ist nicht pf***ig. Dürfte es jedenfalls nicht sein. Okay. Auch bei dir nicht. Und ja, ansonsten könnte man natürlich auch noch mit Glas das machen, das Ganze. Glas werden wir auf jeden Fall noch öfter verwenden. Auch gerade bei so, ja, Fisch- oder Wasserdinos. Da werden wir, denke ich mal, viel mit Glas arbeiten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es am meisten Sinn macht, jetzt das erste Gege einfach mal aus, also für die Gallimimus aus einem Standardmaterial zu machen. Gibt es gar keinen Stahlzaun? Glaube nicht, ne. Eisen? Was ist denn das? Eisengitter gibt es auch noch, ne? Wie sieht denn das aus? Ich glaube, so einstelle ich mir mal her. Ich habe natürlich gar keine Ressourcen hier. Das ist echt ärgerlich. Und die gute Miri ist schon auf dem Weg. Da hoppelt sie und bringt mir natürlich die Eisengitter. Und hilft mir auch eben bei der, ähm, ja. Da. Mit Lappenstein finde ich das schon viel hübscher als mit Crabillstone. Echt? Sieht ja schon ganz gut aus, oder nicht? Ich finde es cool. Mir gefällt das. Ist zwar noch sehr, sehr standardmäßig, aber wir können das Ganze ja noch mega ausschmücken, denke ich. Äh, habe ich keinen Platz? Ich habe keinen Platz, tatsächlich. Ich habe übrigens auch noch, ähm, Knochenmehl hier, weil ich probiert habe, Rasen wachsen zu lassen. Aber, ja, funktioniert leider nicht. So, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. 16 Stück hast du mir mitgebracht. Oha. Oh, das sieht schon nett aus. Oh, ist voll schwer zu platzieren. Ich glaube, wie baut man das denn ab? Okay. Also ich finde es jetzt halt, ähm, wenn man hier so ein Gehege macht, ich finde das für die Seite und für hinten cool. Aber ich finde, bei der Besucherseite könnte man halt echt mit Glas arbeiten, damit die Besucher wenigstens gut durchschauen können, ne? Ja. Wie sieht denn so ein Glasding aus? Hast du gerade wahrscheinlich nicht hier, ne? Nee. Ähm, was findest du denn da besser? Blöcke oder diese Scheiben? Scheiben. Okay. Willst du vielleicht nochmal loshoppeln und mal ein paar Scheiben herholen? Aber, ähm, ja, vielleicht mal hin. Das wäre super, danke. Äh, ich baue das hier nochmal ab. Aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Aber vergiss nicht, dass, äh, einmal platziert, ne? Ach, Glas geht kaputt, ne? Ja. Ja, gut, dann mach lieber ein bisschen mehr. Ich meine, das ist ja nur Sand, oder? Sand ist jetzt ja nicht die Ressource, die mega selten ist. Also, was würdest du schöner finden? Achso, du kannst dich auch selber platzieren, ne? Du brauchst mir den nicht jetzt drum. Ich hab keinen Platz im Inventar. Ähm, wenn das hier noch ein Block unterkommt, das muss jetzt ja nicht dieser Block sein, oder direkt auf dem Boden. Eigentlich ist es direkt auf dem Boden schön, ne? Ja, aber ich... In einem anderen Block auf jeden Fall, ne? Wollen wir nicht hier sogar mal ein bisschen mit Farb schon arbeiten, oder so? Könnte man nicht sogar Wolle nehmen und irgendwie einfärben, oder sowas? Ja. Weil es muss ja nicht alles immer so im gleichen Farbton sein. Ich meine, natürlich können wir jetzt auch wieder glatten Steine hier machen, damit das, äh... Was ich ja richtig hübsch finde, sind Quarzblöcke, ja? Das sind diese weißen, ne? Aus dem Nether, oder? Richtig, ja. Die sind halt echt geil, ne? Ja, die finde ich auch cool. Immer hübsch aus. Ja, wir brauchen auch noch, ähm... Wie heißt denn dieses? Leuchten, ne? Aus dem Nether. Wie heißt das nochmal? Ja, Glowstone. Glowstone, genau. Ähm, eigentlich müssen wir sowieso nochmal einen Trip in den Nether machen, ne? Aber wir brauchen das zum Bauen. Dafür brauchen wir... Obsidian und ein Feuerzeug. Ja. Ja. Ja, so tief waren wir noch nicht mit dem Obsidian. Ja, Obsidian kannst du das selber herstellen. Wasser, Lava und... Dann können wir das machen. Ich glaube, wir sollten das echt machen, weil ich würde das schon gerne mal versuchen, hier mit Quarz zu arbeiten. Boah, ich hab auch schon wieder nichts mehr zu essen. Hast du noch was? Ja, ein Ding noch. Ein Kirschen. Vielleicht sollten wir uns auch erstmal darum kümmern, dass wir eine Essensfarm kriegen. Wir könnten Getreide anpflanzen, wenn du willst. Wollen wir das mal eben schnell machen? Aber was bringt Getreide? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns tatsächlich selber eine Kuhfarm machen. So, Getreide ist doch auch gut. Kannst du mal Getreide so essen? Nein, Brot kannst du herstellen mit drei Getreide. So, hier unten in dem Bereich solltest du alles machen können. Was genau muss ich denn damit machen? Rechtsklick. No, das kann ich anpflanzen. Du darfst jetzt aber nicht mehr auf diese Flächen springen, weil sonst gehen die kaputt. Glaube ich zumindest, weil ich teste mal. Ja, das darf man nicht. Musst du nochmal einmal auf den Graben da vorne. Wo denn? Wo ich gejumpt bin, siehst du das nicht? Nee. Da. Ah, nee. Okay, das ist alles super. Ja, alles in Ordnung. Das war, glaube ich, bei mir ein Anzeigefehler. Jetzt wird Nacht. Ja, mach du mal weiter. Ich leuchte mal ganz kurz ein bisschen aus. Haben wir zumindest schon mal eine kleine Essensquelle, so. Ich meine, wir können auch Tiere beim nächsten Mal holen, wenn du möchtest. Wir haben halt so viel noch zu tun eigentlich. Vielleicht erst mal, oder? Nee, weiter. Du brauchst immer drei Weizen, ein Brot. Du musst Weizen schon viel anpflanzen. Mir gefällt diese Synergie hier nicht, deswegen. Welche Synergie? Ich versuch, das hier gerade noch irgendwie hübsch zu machen, aber... Ach so, das ist doch nur vorübergehend. Das machen wir später weg. Das ist nur, dass wir erstmal eine Essensquelle haben. Das muss jetzt nicht schön aussehen. Wenn wir zu schlafen gehen, da hinten ist ein Änder. Ja, machen wir. Wolltest du hier nicht nochmal in die Augen gucken vom Schlafen? Ja, hab ich gerade schon fast. Ich weiß aber nicht, ob das auf der Entfernung auch was bringt. Ich glaube schon, aber du musst ziemlich genau... Oh, da sind schon ganz viele fiese Viecher gespawnt. Ab ins Bett. So, wir haben jetzt uns Hammelfleisch besorgt. Und das Praktische an den Hammels war, dass die uns... Hammels an den Schafen war, dass die uns noch Wolle gedroppt haben. Und wir versuchen das jetzt erstmal mit Wolle, weil die Wolle ist ja auch weiß, so wie der Quarz. Weil den Nether Trip... Ich weiß nicht, ob wir den heute noch schaffen, weil es ist schon relativ spät. Und die kleine Miri muss arbeiten. Das ist korrekt. Ja, Wolle sieht jetzt natürlich von der Beschaffenheit hier nicht so passend aus. Aber vielleicht können wir das ja später gegen Quarz eintauschen noch. Wie findest du das denn, dass das weiß ist? Das ist eigentlich cool. Ich auch. Das Skalimimus-Gehege muss auch eigentlich gar nicht so groß werden, ne? Nein! Oh nein! Du weißt, dass das jetzt hier erstmal wieder mit Gras nachher wachsen muss, ne? Egal, das machen wir später. Irgendwie... Besser draufzupacken? Ne, ne, das ist doof. Wir müssen uns jetzt überlegen. Ich würde sagen, soll das... Das Gehege fängt hier an, würde ich sagen. Soll ich da jetzt, ähm... Ja, die habe ich natürlich nicht da, die Blöcke, ne? Wir könnten das höchstens jetzt mit so einem... Ja, den Eckstein mit sowas machen. Wie sieht das denn aus? Ja, da passt sich das Glas auch an. Ja. Lassen wir es erstmal so. Ich würde sagen, drei hoch muss reichen. Ein Dach muss da ja nicht rüber. Also das ist Quatsch. Hast du noch mehr Glas oder ist schon vorbei? Ne. Schon vorbei. Okay. Aber so wäre dann... Von der Größe reicht das ja auch schon, oder nicht? Für Gallimie muss er. Ja. Wenn wir dann noch nach hinten bauen, hast du noch mehr Wolle? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Jetzt hier schon mal den Grundriss am besten. Der Wolle schon mal. Und hier hinten kommt ja auch kein Glas, denn hier hinten kommt Gitter hin, oder nicht? Ich kann ja mal schauen, wie das aussieht. Hier würde ich dann ja das hier hin machen. Ach so. So klein willst du das machen, hier, ne? Nein, nein, nein. Das kommt noch weiter nach hinten. Ein bisschen Auslauf sollen die schon haben, oder? Ja. Wir müssen halt jetzt nur gucken, wir müssen halt die ganzen Ressourcen und so rankriegen. Ich weiß auch nicht, ob wir das noch schaffen, in dieser Folge die Gallimieus hier rüber zu bringen. Weil wir müssen natürlich auch erstmal rausfinden, wie wir die gezähmt kriegen und wie wir die hier rüber kriegen, ne? Hm. Ich weiß irgendwie nicht, ob mir das so gefällt, dass da hinten auch weiß unter ist, bei den Gittern. Guck mal links, siehst du das? Nee, ich würde zum Beispiel nur da, wo eine Aussichtsplattform ist, weiß machen und den Rest wieder mit Stein. Ja, das finde ich, glaube ich, auch besser. Ja, würde ich sagen, holen wir nochmal ein paar Ressourcen ran und dann machen wir das, oder? So, wir waren Farm und, äh, ja, haben jetzt alles hergestellt. Ich hoffe, das reicht für das Gehege. Ich glaube, das wird knapp, aber ansonsten müssen wir morgen oder so weitermachen, Miri. Weil es ist halt, wie gesagt, schon spät. Äh, nicht wundern, hier vorne die Erde habe ich gemacht, damit der eine Block, der vorhin kaputt war, wieder nachwächst mit Rasen. Das erste Glas ist gerade schon zerschellt, wie ihr gesehen habt. Sieht aber schon cool aus. Das ist echt nicht so einfach, ey. Ja, wir hatten aber eine sehr gute Sicht dann hier durch. Also Glas ist, glaube ich, eine sehr gute Idee gewesen. So. Ich weiß gar nicht, wie man das, äh, im Gehege dann drin macht, mit der Gestaltung und so. Bäume und so da vielleicht noch mit rein ins Gehege später, so einen kleinen Baum oder so. Ja, klar. Aber, wie gesagt, Details würde ich erst später machen. Ja, klar. Also erstmal bauen wir jetzt hier die Kastenform. Ich fange schon mal an hier, du machst ja gerade den Zaun, genau. Jetzt mache ich mal eben hier schon mal ein bisschen Erde hoch. Das ist jetzt hier Teamwork. Willst du das alles auf einer Ebene haben? Äh, gute Frage. Ich glaube, wenn wir hoch machen würden, würde mehr Sinn machen als runter. Weil wenn die da runter gehen, wegen der Sicht, oder? Obwohl, wir können das eigentlich so lassen. So sieht das eigentlich ganz cool aus. Vielleicht noch ein bisschen, dass es natürlich aussieht. Eigentlich ein guter Einwand. Äh, aber du musst halt überlegen, ne? Wenn wir das uneben machen, dann wird es auch vom Zaun her schwieriger, ne? Das ist ja nicht schlimm. Guck mal, da oben thront ein Schaf. Siehst du das? Jo. Jo, moin. Ja, dann, äh... Also du müsstest dann halt jetzt hier einen runter gehen, ne? Oder? Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, dann. Das würde, glaube ich, komisch aussehen. Bau mal den Zaun da ran, wie das aussieht, wenn man da runter geht. Und irgendwie komisch, oder? So will das aussehen. Also wenn, dann müsstest du den Zaun trotzdem auf diese Höhe machen hier. Halt höher. Dann wird das klar gehen. Also, dass du dann bei dem Zaun auf hier gehst, weißt du? Aber warum? Ich finde das halt... Also ich finde es schöner, wenn das gerade abschließt, so. So nicht? Also man muss es nicht machen, aber ich glaube, ich fände es schöner. Du kannst es ja mal machen, wie das aussieht, dann. Dann werden wir aber viel, viel Eisen benötigen, wenn wir dann jeden... Ja, ich weiß. Stimmt, wenn wir jedes Gehege so machen, das wird ganz schön heftig. Ja. Wir müssen halt überlegen, ob wir dann teils mit Creative-Modus arbeiten oder so, ne? Ja, wir können nicht jetzt jedes Mal stundenlang farmen. So viel fehlt uns einfach beiden die Zeit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es okay findet, wenn wir uns Ressourcen, die sowieso einfach nur, ja, Zeit fressen, auch mal einfach uns aus dem Creative-Modus holen. Und ich glaube, so Eisen und so zu farmen, das ist halt jetzt nicht wirklich gefährlich oder so. Aber so Sachen wie Quarz würden wir natürlich uns nicht ercheaten, weil die wollen wir schon gemeinsam dann erforschen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es in Ordnung finden würdet. Oder ob wir uns trotzdem alles hart erarbeiten sollen. So, was sagst du? Gefällt dir besser oder nicht? Ich fand es tatsächlich mit Höhenunterschieden besser. Ehrlich? Ja. Oder du hast jetzt auch so eine komische Ecke da drin, ne? Ja, auszusehen. Äh... Ich finde, das sieht dann authentischer aus. Weil wenn der Boden abflacht, kann der Zaun auch ruhig abflachen. Das sieht sonst aus, wirklich wie ein Gefängnis, wenn alles dieselbe Höhe hat, weißt du? Ja, stimmt. So ein Kasten, ja, du hast schon recht. Ja, mach das nochmal weg und dann machen wir mal den Zaun noch ein Stück weiter. Ich brauche eine Spitzhacke, ich kriege das nicht weg. Ja, okay. So, Leute, ihr seht, wir sind jetzt so weit gekommen hier mit dem, ja, Gehege. Und sind jetzt die Materialien ausgegangen. Wir haben aber leider nicht mehr so viel Zeit hier, weil Miri gleich ins Bettchen muss. Und haben uns jetzt die restlichen Materialien erstmal über den Creative Mode, heißt er, glaube ich, ne? Geholt. Ich hoffe, dass es in Ordnung geht. Ihr könnt ja echt mal in die Kommentare unten schreiben, ob das okay für euch ist, dass wir das bei solchen Sachen machen oder nicht. Weil wir würden uns da natürlich anpassen. Das Gute ist, wenn wir uns solche Materialien halt über den Creative Mode holen, dann wird das Ganze hier mit dem Parkbauen ein bisschen schneller vorangehen auf jeden Fall, als wenn wir hier ständig fahren müssen. Wobei wir dann natürlich auch nichts gegen haben. Aber so ein bisschen Fortschritt ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir brauchen noch eine Tür hier drin, Miri. Gibt es so was? Hier hinten? Ja, wir müssen da auch mal rein und raus, ne, in das Gehege. Tür. Gibt es nicht eine Eisentür? Ja, Eisentür. Hast du gerade noch Eisen bei? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, tatsächlich. Gib mal her. Vier Blöcke, wenn du Eisen hast. Cool. Mach ich mal eben eine Tür. Und dann schauen wir mal. Du kannst ja schon mal... Gibt es eine Doppeltür oder eine einfache? Eine einfache reicht, oder? Du musst mal gucken, machst du das jetzt über... Mit der Mod oder mit normal, Miri? Wieso? Ja, weil die Eisentür von der Mod, die hatte ich schon ausprobiert. Und die kann man nicht öffnen. Ich weiß nicht warum. Ach so, ne, ich mach jetzt eine ganz normale. Ich mach mal zwei Stück. Ach, das sind sogar drei Stück. Okay. Oh. Wollte ich nur grad ablegen. Ähm, ja, wir müssen mal schauen. Also die Eisentür ist halt für uns dann. Wir sind dann ja sozusagen die Parkwärter oder Ranger. Und müssen ja auch ab und zu mal da rein zum Füttern und sowas. Oh. Erstmal komplett falsch rum... Beide falsch rum platziert. Äh, das funktioniert sich aber auch mit den Gittern nicht richtig, ne? Ich glaube, da müssten wir nochmal oben ran. Da oben drauf geht's. Müsst du doch reichen, oder? Ja, aber es sieht schon scheiße aus, wenn das, äh, Gitter nicht abschließt, also anschließt an die Tür, finde ich. Müsst du nicht? Geht nicht, ne? Nee. Könnten sonst halt hier nochmal einen Block hin machen. So wie vorne. Könnten wir allgemein an die Ecken machen, oder? So wie vorne? Meinst du nicht, dass das Sinn macht? Aber dann schließt es hier trotzdem nicht an. Wieso? Ach so, da kannst du ja auch dann Stein machen. Wäre nicht schlimm, wenn du da mal einen Steinrahmen machst. Die Tür ist jetzt überhaupt richtig rum drin. Aber ich kriege die auch nicht auf, ne? Ja, was denn damit? Ich glaube, Eisentüren kriegst du nicht auf, dafür brauchst du einen Schalter. Ich glaube, bei Eisentüren immer so, könnte es sein. Sieht eben wie komisch aus. Oder? Ja, weil hier noch ein Stein fehlt. Sonst ist es total blöd aus. So. Schon besser. Und steigreich 30. Hä, das ging bei dir mit Cobblestone? Nein. Ist egal. Guck dir dies. Ich brauche auch innen, welche Nacht. Wohin können wir auch einen Knopf machen, finde ich. Also nachher, sonst laufen die Gallis hier rüber. Wir müssen einen Knopf machen, weil sonst laufen die da rüber und gehen hier raus. Macht Sinn, oder? Ja. Dann brauchen wir hier ein Knopfchen an der Wand. Dann brauchen wir einen Stein. Sonst komme ich jetzt wieder raus. Dann brauchst du einen Knopf oder die Druckplatte eben. Noch sind die Gallis hier nicht drin. Ja, Gott sei Dank. Oh, wie schnell jetzt hier der Rasen nachgewachsen ist. Nicht schlecht. So. Knopf ist gemaked. Knopf ist gemaked. Ich denke, die Schieße da. Sehr gut. So. Die nehme ich mal wieder auf. Und dann haben wir unser erstes Gehege fertig. Nicht cool. Klappt? Ja. Mal schnell raus. Hast du noch Fackeln? Ja. Wieso? Gibt mal. Klingt. Ja, cool. Damit haben wir unser erstes Ding ganz fertig. Ich würde das gerne mal einmal von oben sehen. Wie war das nochmal? Game Mode 1, ne? Ja, jetzt können wir nämlich gucken. Leute, so sieht das Ganze aus. Also hier geht man rein. Hier können wir uns dann auch noch ein schönes Tor hinbauen oder so. Hier, wo es tief ist, ne? Da könnten wir dann vielleicht Wasser noch reinmachen. Stimmt. Das Gehege braucht auch noch Wasser. Ein kleines Wasserbecken und ein Fieder auf jeden Fall. Äh, auch wenn die, glaube ich, gar kein Wasser brauchen, ne? Die Tiere. Glaube nicht. Ja, trotzdem. Aber das ist jetzt unser erstes Galimimus-Gehege. Ich hoffe, das ist nicht zu klein, weil Miri hatte die Befürchtung. Aber wir können jetzt natürlich nicht bei Galimimus schon ein mega riesiges Gehege bauen, weil... Was sollen wir dann für ein Brachio machen, ne? Dann können wir hier den ganzen Insel für ein Brachiosaurus machen. Also ich bin sehr zufrieden, Miri. Und du? Mhm. Zufrieden? Ja. Außer mit dem Haus. Das Haus, ja, da gehen wir auch nochmal schnell hin. Ja, es ist natürlich nicht schön, aber später machen wir hier an dieser Position eine schöne Gästeplattform. Und dann denke ich mal, ist das auch in Ordnung. Und ich würde sagen... Leute, das nächste Mal, wenn ihr einschaltet, sieht das Haus anders aus. Dann spreche ich euch. Okay. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr es in Ordnung findet, dass wir uns so Sachen wie Eisen und so, wenn wir gerade mal viel brauchen, cheaten. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen, wenn euch das Ganze gefällt. Miris Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich weiß ja nicht, ob sie in Zukunft mal vorhat, auch mal irgendwas zu Minecraft zu machen. Vielleicht kannst du ja sogar aufnehmen, wie du das Haus umgestaltest oder so. Wenn du darauf Lust hast. Kannst du dir ja überlegen. Der Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Miri, fürs Mitmachen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao. Ciao.